Eine Handvoll Spezies auf der Erde haben eine scheinbar mysteriöse Gemeinsamkeit, den Menstruationszyklus. Wir sind eine der wenigen Arten. Affen, Menschen, Affen, Fledermäuse, Menschen und möglicherweise Elefantenspitzmäuse sind die einzigen Säugetiere, die menstruieren. Wir tun es mehr als jedes andere Tier, obwohl es eine Verschwendung von Nährstoffen ist und körperlich unangenehm sein kann. Was ist also der Sinn dieses unüblichen biologischen Vorgangs? Die Antwort beginnt mit der Schwangerschaft. Während dieser werden die Ressourcen des Körpers geschickt genutzt, um ein geeignetes Umfeld für den Fötus zu schaffen, einen sicheren Ort für das heranwachsende Baby in der Mutter. In dieser Hinsicht ist die Schwangerschaft beeindruckend, aber das ist nur die halbe Geschichte. Die Schwangerschaft erzeugt nämlich einen Konflikt zwischen Mutter und Kind. Der menschliche Körper hat sich so entwickelt, dass er die Verbreitung der eigenen Gene fördert. Eine Mutter muss versuchen, all ihre Nachkommen gleich gut zu versorgen. Mutter und Fötus haben jedoch nie exakt dieselben Gene. Der Fötus erbt auch Gene von seinem Vater. Diese können ihr eigenes Überleben fördern, indem sie der Mutter mehr als ihren gerechten Anteil an Ressourcen entziehen. Dieser evolutionäre Interessenkonflikt führt im Mutterleib zu einem biologischen Tauziehen zwischen der Mutter und dem ungeborenen Kind. Ein Faktor bei diesem inneren Kampf ist die Plazenta, das mit dem Blutkreislauf der Mutter verbundene embryonale Organ, welches den Fötus ernährt. Bei den meisten Säugetieren ist die Plazenta durch eine Barriere aus mütterlichen Zellen abgeschottet. Dank dieser kann die Mutter die Versorgung des Fötus mit Nährstoffen kontrollieren. Beim Menschen und ein paar anderen Spezies ist die Plazenta jedoch direkt mit dem Blutkreislauf der Mutter verbunden. Über die Plazenta pumpt der Fötus die Arterien der Mutter mit Hormonen auf, die sie offen halten und so für einen ständigen Fluss von nährstoffreichem Blut sorgen. So kann der Fötus Hormone produzieren, die den Blutzucker der Mutter erhöhen, ihre Arterien erweitern und ihren Blutdruck steigen lassen. Die meisten Säugetiermütter können Embryonen bei Bedarf abstoßen oder absorbieren. Beim Menschen ist es jedoch so, dass wenn der Fötus mit der Blutversorgung verbunden ist, eine Trennung dieser Verbindung zu Blutungen führen kann. Entwickelt sich der Fötus schlecht oder stirbt er ab, ist die Gesundheit der Mutter gefährdet. Während des Heranwachsens kann der ständige Ressourcenbedarf des Fötus zu starker Müdigkeit, hohem Blutdruck und Krankheiten wie Diabetes und Präeklampsie führen. Aufgrund dieser Risiken ist eine Schwangerschaft immer eine große und manchmal gefährliche Investition. Es ist also sinnvoll, dass der Körper die Embryonen sorgfältig prüft, um herauszufinden, welche diese wert sind. Hier kommt die Menstruation ins Spiel. Die Schwangerschaft beginnt mit der sogenannten Einnistung, bei der sich der Embryo im Endometrium, der Gebärmutterschleimhaut, festsetzt. Die Gebärmutterschleimhaut hat sich entwickelt, um die Einnistung zu erschweren. Nur die gesunden Embryonen können hierin überleben. Dadurch werden allerdings auch die invasivsten Embryonen ausgewählt, wodurch eine evolutionäre Rückkopplungsschleife entsteht. Der Embryo tritt in einen komplexen, zeitlich genau abgestimmten Hormondialog ein, bei dem die Gebärmutterschleimhaut umgewandelt wird, um dessen Einnistung zu ermöglichen. Was passiert, wenn ein Embryo den Test nicht besteht? Eventuell schafft er es, sich anzuheften oder sogar die Gebärmutterschleimhaut teilweise zu durchdringen. Während er langsam stirbt, macht er die Mutter unter Umständen anfällig für Infektionen und sendet unablässig Hormonsignale aus, die ihr Gewebe stören. Der Körper beugt diesem Problem vor, indem er jedes Risiko beseitigt. Immer wenn der Eisprung nicht zu einer gesunden Schwangerschaft führt, entledigt sich die Gebärmutter ihrer Schleimhaut samt aller unbefruchteten Eizellen sowie kranken, sterbenden oder toten Embryonen. Dieser Schutzprozess wird als Menstruation bezeichnet und führt zur Periode. Diese biologische Eigenschaft, so bizarr sie auch erscheinen mag, ist sehr wichtig für das Fortbestehen der menschlichen Spezies. Jetzt, da du weißt, wie die Säugetiere der Erde menstruieren, erfährst du in diesem Video, wie unglaublich die Geburt bei verschiedenen Tierarten abläuft. Und denk daran, unseren Kanal zu abonnieren, damit du keines unserer Videos verpasst.